Noob vs. Pro Noob, bisher bin ich nur eine Ameise und laufe hier erstmal entlang und muss immer aufpassen, wen ich hier esse. Wir können nämlich diese kleinen Dinger hier essen und diese schwarzen Teile einsammeln und dadurch wachsen wir. Und wenn wir Level 2 sind, können wir tatsächlich Spinnen essen, die ebenfalls Level 2 sind und können dann hier diese ganzen Dinger hier oh, ebenfalls sammeln. Bro, jetzt werden wir Level 7. Wir sind tatsächlich das erste Mal die lila Spinne jetzt geworden. Das waren wir bisher noch nie. Oh, wir sind sogar eine schwarze Spinne, geworden. Oh, was, was, was? Oh, was, was? Wir sind sogar der Orangenein. Okay, okay, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Oh mein Gott, ich bin Bock zu rein. Oh, was geht jetzt ab? Jetzt sind wir mal Level 10. Yo, 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 was geht ab? Was ist das für eine Runde? Was ist das für eine Runde?